Probe die Rechnung, bitte. So, was haben wir uns hier? Also, zwei Cappuccino, zwei Mineralwasser, vier kleine, vier große Bier, ja? Sieben Cal Perinia und 16 Flying Kangaroos. 21 Bar Cardi Cola und ein Karton Kümmerling. Entschuldigung, ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen bei Ihnen. 14,60 Euro. Ja, wir hatten doch nur zwei kleine Espressos. Nee, nee, nee. Wenn ich nicht gebongt hab, haben die das auch getrunken. Aber wir sind doch außer 10 Minuten hier. Das schafft man doch rein körperlich gar nicht. 32 plus 62. Ja, Uwe, ich glaube, Sie haben da einen Fehler gemacht. Wie, wat? Ich hab einen Fehler gemacht. Jetzt pass mal auf, du Clown, ja? Ich arbeite ja schon da fünf Jahre und ich hab noch nie einen Fehler gemacht. Ist das klar? Ja, ich wüsste auch nicht mal, wie man Scheißfehler schreit. Ich bin Mr. Null-Fehler-Song. Und das sind jetzt 285 Euro, und zwar Pronto-Keule. So, hier, bitte. Stimmt so. Ja, das ist schon klar. Ich hab einen Fehler gemacht, aber dem Dicks hab ich sie gegeben, ey. Ey, Chef, bringst du mal die Rechnung? Wenn man hier zwei Espresso wacht, gehen aufs Haus. Ha!